Scheint zu funktionieren. Oh, Moment, Moment, ich muss die Cam ein bisschen zuschieben. Oder? Komm schon. Snap to Grid deaktiviert und yeah. Yeah. Okay. Ich hoffe, man kann die Trinkets sehen. Ich würde nicht davon ausgehen, aber ich spiele mir Isaac. Und versuche ein paar Dinge freizuschalten. Mein Plan ist, dass ich für, ich habe keine Ahnung, zwei Stunden oder so Isaac spielen werde und dann ein bisschen Spyro 2. Das ist generell eine Sache, die ich mehr machen sollte. Ein bisschen das Ganze durchwechseln. Frage ist natürlich, mit welchem Charakter? Wollen wir Eve machen? Mit Eve habe ich weder Hush noch Darkroom noch was auch immer gemacht. Mir fehlt auf jeden Fall der Lamp mit Eve. Sehe ich das richtig? Das ist die Greenscreen-Erfahrung, inwiefern? Ich heiße es übrigens, dass, beziehungsweise was ich ein bisschen nervig finde, ist, dass Premiere irgendwie nicht mal fast so gut in der Lage ist, Greenscreen auszublenden wie Streaming-Programme. Lärm hast du? Hab ich? Warte, was ist dann? Oh, und das Brimstone-Logo ist mega Satan, oder? Lärm ist wahrscheinlich das umgedrehte Kreuz, wenn ich raten müsste. Das heißt, ich habe mit Samson aber eine Lamp nicht gemacht. Dann würde ich sagen, Samson Run. Versuchen wir das. Ich muss nämlich ein paar Dinge freischalten. Curse of the Blind. Das ist doch ein guter Anfang. Das ist ja von Red Axe, äh, 31-Monter-Resupport von Felix 0-9-0-0-5. Äh, frischer Safi, wir lieben Dank. Puh, bin gespannt, wie der Run laufen wird. Äh, ich habe an sich, äh, diese Woche zwei, drei Runs gemacht. Und zwar werde ich auch als Videos bringen, denke ich. Ich meine, die waren für Videos gemacht. Und da habe ich auch ein Samson Run gemacht, aber habe ich mit dem irgendwas geschafft? Ich weiß gar nicht mehr. Das ist ja was, ich werde es noch nicht vorwegnehmen, aber... Ich habe auf jeden Fall nicht der Lärm mitzahmen. Oh, ja, da bin ich auf Delirium gegangen. Das war es. Ja, genau, genau, genau. Ich glaube, da wollte ich sogar auch der Lärm machen. Und dann, äh, hat sich, äh, The Boyd geöffnet. Und wenn sich das, wenn sich das, äh, nichts öffnet, wie kann man dazu Nein sagen? Versteht ihr? Es ist gerade ein bisschen anstrengend, muss ich sagen, dieser Raum. Ich meine, natürlich werde ich, äh, Idealfall werde ich natürlich auch versuchen, The Beast oder Mother mitzunehmen, aber machen wir uns mal nichts vor. Okay, können wir bitte... Oh, mein Gott. Dieser Raum war anstrengend. Außer von Dark Power, frischer Sub und, äh, mit hier, äh, 15 Monate, Resub. Vielen lieben Dank. Uh, will ich eine Karte mit dem... Oh, ich habe eine Mod, ich habe auch eine Mod aktiviert. Die External Item Descriptions. Wir nehmen das mit. Strength. Ähm, war es nicht wert? War es nicht wert? Außer von Yuki, äh, 56, 100 Bits. Vielen, vielen lieben Dank. Oh, ich hatte den Curse schon direkt zu Beginn gehen sollen, um mein Damage ein bisschen zu boosten. Ja, jetzt ist das Ganze auch wieder ein bisschen knapp. Das Problem ist nämlich, dass ich an dem Punkt wieder bei, ähm, nur noch bei zwei Herzen bin und ist ein bisschen zu wenig, um sowas zu machen. Aber wenn wir noch ein Herz finden, dann werde ich dabei sein. Oh, 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 oh. Warum nehme ich so viel Schaden? Ist nicht gut. Lärm ist das negativ. Falsch rumkreuz ist Satan. Das heißt, ich habe mit Samson, äh, the Lärm gemacht, aber aus irgendwelchen Gründen... Oh, nein. Oh, das ist nicht gut. Ich habe mit ihm den Lärm gemacht, aber Satan geskippt Stehe ich das richtig? Oh Gott! Ich werde sterben Ich werde sterben Ich werde sterben bei den Girllings Das ist ein trauriger Tag, wenn das passiert Das kann ich euch jetzt schon sagen Oh Gott Nein! Das war miserabel Okay, versuchen wir es nochmal Little Chest Okay Alle paar Räume bekomme ich jetzt einen random Begleiter oder was auch immer Oh, dieser Raum gefällt mir auch nicht Versuchen wir erstmal den weißen Wurm zu killen Danach der rote Nein! Warum sind die Gegner so nervig? Warum hat das ein ganz... Ach ja, das ist, weil es... Higher Angel Room Chances Higher Chance to find the Bible Ich will die Bibel nicht wirklich, aber okay Irgendwann mal über den Opferraum reinkommen Ja, ich denke irgendwie sowas Ich denke irgendwie sowas in der Richtung Also ich würde auf jeden Fall gerne auch ein bisschen im Sacrifice Room mal Äh, ein bisschen was versuchen Denn ich hätte mir sagen lassen, dass die inzwischen auch ein gutes Stück gebufft wurden Das Problem ist nur, dass man dafür dann ein bisschen Heilung haben muss Damit man sich das trauen kann Das heißt, wenn wir irgendwo den Rainbow Haufen oder sowas bekommen würden Dann wäre das ziemlich gut Gut schon Okay Huh, das war jetzt so gut Also wir haben auf jeden Fall eine Bombe Das heißt, mit der Bombe kann ich in den Secret Room Und vom Secret Room aus kann ich unter Umständen einen Rainbow Haufen finden Wahrscheinlich hat es nicht so gering Kann mit der Bibel eigentlich auch Mother Instant killen? Daran habe ich große Zweifel Ich meine, wenn das einfach so gehen würde, dann Na, na, das würde nicht wirklich Sinn ergeben Vor allem glaube ich, dass Mother sogar immun gegen die Chaos Karte ist oder so Ich kann mir sogar das ganz gut vorstellen Oh, Lil Chest Du hilfst mir gerade ungemein dabei Wenn ich vorhabe im Sacrifice Room viel zu viele leben zu lassen Weißt du das? Mother und Beast gehen beide nicht? Ja Meinst du mit Chaos Karte? Oder mit Bibel? Denn mit der Bibel sollte es denke ich selbstverständlich sein bei Chaos Karte Gut zu wissen Den Punkt freue ich mich ja, warum sie die Chaos Karte überhaupt im Spiel haben Wenn es Bosse gibt, die dagegen immun sind Ich meine Warum machst du ein Item, mit dem man alles killen kann Wenn man dann nicht alles damit killen kann Oh Pretty Fly Oh, Chaos Karte macht bei Mother nur eine Phase Ja, das ist fair Das ist in Ordnung, würde ich sagen Komm schon Nein Oh Gott Uh Das war knapp, als ich mir gewünscht hätte So, wo ist der Secret Room? Uh, uh Der Secret Room hat wieder eine sehr Ist das eine XL-Ebene? Nein Was? Wie? Wie ist das keine XL-Ebene? Also ernsthaft? Äh, äh Ich werde die Bombe da drüben legen, um noch ein paar Haufen kaputt zu machen Denn üblicherweise kann man da ganz nette Dinge drin finden Und wir bekommen eine Bombe als Gegenleistung Sollte sich also soweit beides lohnen für mich Oh Nein Shiny Rock Äh Oh Gott Was war Shiny Rock nochmal? Moment Crawl Space Rocks and Tinted Rocks blink every 10 seconds Ich denke, das sollte es wert sein Wenn, äh, damit die Crawl Space, äh, Rocks anfangen, äh, anfangen zu leuchten Das sollte sich definitiv lohnen, würde ich einfach mal behaupten Spiral 2 fand ich von den 3er leider am nervigsten Was? Ich hatte das Gefühl, dass Spiral 3 mit sehr viel Abstand am nervigsten war Beziehungsweise Spiral 3 hat man das Gefühl gehabt Ja, sie haben halt jetzt in jedem Level nur noch die nötigen Punkte Die für ein Spiral Level nötig sind, abgehakt Und irgendwie Sie haben neue Dinge versucht Die waren alle sehr halbgar und seltsam Vor allem die verschiedenen Charaktere, die man hat Ich mochte Teil 3 wirklich nicht sonderlich Teil 3 fiel mir schwer überhaupt noch durchzuspielen Ich meine, generell mache ich Teil 1 am meisten Teil 2 ist halt super nervig, weil es, äh, Quests gibt, die nervig sind Und man viele Level öfter besuchen muss, um alles mitnehmen zu können Aber prinzipiell ist Teil 2 ziemlich cool Kleine Batterie Oh mein Gott, dieser kleine Chest Buddy Der lohnt sich Uh, Petrified Poop wäre auch gut Uh, der wäre auch gut Oh, oh nein Nein, 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 nein Bitte nicht Nein, nein Oh Gott Muss das jetzt sein? Nein, 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 nein Oh Gott, das ruiniert meine ganzen Sacrifice Room Pläne Nein Es gibt keine Sacrifice Room Pläne mehr Das ist der Plan Puh Aber hey, Damage und Speed Up Ist okay So, dann haben wir noch einen Raum zu erkunden Ich glaube, die Items sind alle eigentlich, äh, sind eigentlich alle ganz gut, die ich mitnehmen kann Oh Gott, warum bin ich in diesen Raum gegangen? Warum bin ich hier rein? Oh mein Gott, wie nervig kann so ein Raum sein? Ich meine, er ist jetzt, er ist okay, weil ich viel Damage austeile, aber mein Gott Okay, ganz vorsichtig Habt ihr nicht irgendwo, ihr meldet euch, wenn ihr einen Stein blinken seht, oder? Richtig Weil wenn ihr irgendwo einen Stein blinken sollte, dann, ihr haltet mich auf dem Laufenden, wenn ich es übersehe Dankeschön Weiß ich zu schätzen Äh Ja, ich denke, ich gehe einfach weiter Ich habe mir nicht vorgestellt, dass ich irgendeinen Secret Room oder so hier irgendwo finden werde Ich finde nicht gegen Plum Kämpfen so viel einfacher, als mir das immer anzutun Ja, ja, das wollte ich mir auch noch anschauen, dass man, äh, den Kampf irgendwie Oder soll ich Petrified Poop? Nein, nein, wir gehen auf Trollspaces Dass ich mir das irgendwann mal anschauen will, dass man, weil man den Kampf ja auch gewinnen kann, indem man irgendwie nicht getroffen wird oder so Und man soll nicht angreifen Ich weiß auch nicht mehr Außerdem von, äh, von, äh, Shy Guy, 14 Monate, Restart, Kei Shira, 29 Monate, Sherox, 21, Tor, WM, 34 und Friedenswurst, 46 Vielen, vielen lieben Dank Uh, Eternal Heart Das trifft sich ziemlich gut Denn der gute Samson will durchaus Longer Status Effects on Enemies Yeah, wie wär's, wenn wir das nicht verwenden Und, oh mein Gott, External Item Descriptions So unfassbar hilfreich in diesem Spiel Es ist nicht mal mehr lustig Kreese's Fire Raider Familias Das ist auch relativ wichtig Oh mein Gott, Ranch Up Es ist nicht mal mehr lustig, wie unfassbar hilfreich diese Mod einfach ist Nein, ausgerechnet der Champ Ausgerechnet in ihn laufe ich rein Die Sporen sind gut, oder? Ja, wir nehmen die Sporen mit Kann ganz lustig sein Oh Gott, ich wünsch dir wirklich Ich hätte noch mein, äh, Soul Heart Und wenn nicht ausrechnet Den Champion reinkam Aber gut Aber gut So ist manchmal das Leben, schätze ich Schauen wir in den Shop Aus einem Jan the Human Äh, sechs Monate Resub, wieviel lieben Dank Was ist das für ein trauriger Shop? Was soll ich mit dem Schwachsten anfangen? Aber man schaltet ein Item frei Wenn man das, äh Uh Baby Plum nicht angreifen macht Uh Protect you from the first damage attack Or every floor Das klingt soweit jetzt erstmal ziemlich okay Wenn ihr mich fragt Gegen den ersten Damage auf einer Ebene immun zu sein Ich mein Das ist der treuigste Holy Mantle, den man haben kann Aber Das ist ein Holy Mantle Quasi Uh, die Herzen weiß ich zu schätzen Wir hatten gerade einen Stein Moment Den hab ich nicht gesehen Oh Oh, ein Tinted Rock Ja, umso besser Oh, zwei Soul Hearts Nehm ich mit Nicht ganz das, was ich vermutet hab Aber gut genug Er kam einfach aus dem Nichts angeschossen Er kam einfach aus dem Nichts angeschossen Ich dachte, er kommt von links aus der Rede irgendwie mir entgegengerannt oder so Aber Dem war nicht so Oh Gott Zweimal getroffen Wirklich Oh Gott Dieser Boss ist so viel angenehmer, wenn man eine Bombe hat Ähm, da wir Samson sind Und Samson Absolut Und damit meine ich Absolut Unsagbar Sehr gerne rote Herzen haben Um sein Damage zu erhöhen Werden wir den Devil Deals skippen Das ist eine Sache, welche ich ziemlich cool finde an dem Spiel Man hat den Grund, den Devil Deals zu skippen inzwischen Das war vor Repentance nie der Fall Aber inzwischen hab ich das Gefühl Ich geh lieber auf Angel Deals Und behalte ein paar rote Herzen Das ist halt eine Sache, welche sie ansonsten mit keinem in den DLCs Oh Gott, das war knapp Mit keinem in den DLCs hinbekommen haben Dass man so sehr sein Spielziel ändert Außerdem von Oh Gott Akko Asma 666 Frischer Sub Und der Tiruko 22 Monate Free Sub Wie wir lieben dein So, die war das Kreuzberg Ich weiß nicht, ob das wirklich ein gutes Item ist Aber Ich will schon seinen Zweck erfüllen Und Hier gehen wir weiter Als ob die Angel Deals zu stark wurden Angel Deals sind ziemlich okay Man findet jetzt sehr üblicherweise immer ein Item drin Man hat nicht mehr so oft welche In denen einfach nichts ist Beziehungsweise nichts vom Bisschen Belangen Und Angel Und Devil Deals sind auch nicht mehr so gut, wie sie mal waren Ich denke, das in Kombination Sorgt dafür, dass man da ganz gut drüber nachdenken kann Vor allem, wenn man auch rote Herzen beibehalten inzwischen Denn das Spiel wurde schwer Und wenn du die Möglichkeit hast, dich eventuell noch aufzuheilen Willst du davon vielleicht das in Betracht ziehen Diese wahrzunehmen Pulsierenden Tiers will ich nicht so wirklich haben Außerdem, das tut WLAN Acht Monate Resub Vielen, vielen lieben Dank Oh, 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 oh Gas Vorsicht Okay Puh Soweit sind wir ganz gut unterwegs Ich habe das Gefühl, die Sporen machen sich bisher Unglaublich gut als Item Frage ist nur, ob das auch so bleiben wird Bisher sieht es sehr danach aus Das war sehr viel knapper, als es das sein sollte Und ich bereue, dass ich Cuttified Poop nicht mitgenommen habe Oh ja, ich habe sogar die Aura von Holy Mantle sehe ich gerade Ich weiß jetzt übrigens, dass ich den Greenscreen Habe ich hingepackt, damit man vielleicht das Trinket sehen kann Aber man sieht das Trinket trotzdem nicht Weil ich habe keine Ahnung, wie weit ich dafür zur Seite gehen muss Damit man das irgendwie sehen kann Das ist ein bisschen störend So, Goldraum Klar Oh, nein, warte, die ist ziemlich gut Die macht nämlich eine Menge Damage Aber die Möglichkeit hat sie einzusetzen Die besten Devil Deals sind inzwischen die Räume mit den drei Black Cards Vor allem haben sie auf Brimstone geschwächt und sowas Und das halt Ich weiß nicht Vor allem haben Angel Deals halt ansonsten auch generell wirklich coole Items Interessante Items Welche man sonst Oh mein Gott, nein Oh nein, 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 okay, wisst ihr was? Ich fürchte, wir werden in diesem Run gar nicht erst so tun, als ob wir auf Mother gehen werden Denn ich muss dafür einen viel zu weiten Weg gerade zurücklegen Und bedenkt, ich habe keinen Holy Mantle mit Du gehst joggen, nehme ich an Okay Ah, ich habe keinen Holy Mantle Wenn ich The Lost bin Das heißt, ähm Ich muss hier einen wirklich weiten Weg vom Spiegel zum Goldraum zurücklegen Oh ja, aber dann gibt er auch noch, ähm Nein, oh Gott Nein, äh Ganz vorsichtig Ich mag die erste Phase von diesem Boss nicht Aber dann gibt er auch noch drei schwarze Herzen Sag mal Dankeschön Au Warum sind die gerade eben so lange nicht in die Luft gegangen? Mir fällt gerade auf, ich mache die Phase noch weniger als die andere 33%ige Angel, die Chance ist übrigens ziemlich akzeptabel, wenn ihr mich fragt Und wir haben ihn Huh Die Drecksackblase Äh, Drecksackblase Yeah Ähm Ich denke, ich gehe weiter So Äh, was glaubt ihr, bekomme ich, ähm Bekomme ich meins oder Ash Pit? Denn ich bekomme nie wieder die meins irgendwie Es ist immer, äh Es ist immer Ash Pit, was ich hier bekomme Gehen wir weiter Außerdem, äh Dragons, Immortarys Hab und König Bratwurst Acht Monate Die wir dem Dank Oh mein Gott, die Minen Oh, das ist lang her, seit ich die zuletzt hatte Ich bin übrigens ziemlich froh, als ich die eine Range-Apfille bekommen habe Ich habe nämlich das Gefühl Startet er zusammen mit einer niedrigeren Rage, als die anderen Charaktere Ich habe nämlich das Gefühl, er hat eine niedrigere Range Weil, wisst ihr, was das Schlimmste an Ash Pit ist? Schlimmste daran ist, dass man immer diesen dummen Boss Rush Äh, nicht Boss Rush, sondern Diesen einen Boss hat, diese Steinmaske Welche halt immer, äh Dieser Enemy Rush ist mit den 8 Wellen oder 6 Wellen, was das immer das sind Und den Ash Pit Gibt es den Ash Pit überhaupt einen anderen Boss? Ich bin mir an dem Punkt nicht mal mehr sicher Weil, der kommt einfach immer Er kommt immer Und sehe ich da gerade einen Arcade-Raum spawnen? Uh, hallo Hallo Oh, wirklich? Das ist ziemlich gut, wir bekommen HP ab Aber wirklich? Komm schon Ich wollte noch ein bisschen mehr Geld mitnehmen Ein bisschen mehr Damage tanken Und dann kommt jemand mit sowas Naja, gut Der andere Ash Pit Boss ist so viel schlimmer Nein, mir geht es nicht darum, dass er mit den Gegnern wäre, dass er schlimm ist Ich würde sagen, er ist ziemlich machbar Das Problem an ihm ist, dass er einfach nur wirklich Es ist wirklich langweilig, immer gegen den gleichen Boss zu kämpfen Ja, wir nehmen Leo mit Lohnt sich Leo mitzunehmen? Ich bin mir gerade nicht mal sicher Aber ich mag die Idee dahinter Dass wir einfach alles zerstampfen können Ja, doch, doch Ups Ich bin fast überzeugt davon Kann ich hier irgendwie rüber? Nein, kann ich natürlich nicht Wenn wir irgendwo ein Trollspace haben Dann wäre ich den mitnehmen können Vermutlich Ja, je mehr ich drüber nachdenke, desto mehr ich das Gefühl war, wahrscheinlich ein Fehler auf Leo zu geben Dann wiederum Das andere Item war vielleicht auch einfach nur ein Random Space per Item, dass ich eh keiner haben will Fällt dann auf, dass mein Charakter auch riesig wurde Wird die Hit? Ihr kennt euch doch aus Wird die Hitbox Grüße mit Leo? Hä? Komm schon, das müsst ihr doch wissen Das muss man doch wissen Warum mache ich die Steine kaputt? Das bringt einfach absolut nichts Ja, wird sie Dann war das Dann war das Pick-up ein Fehler Dann war das ein Fehler Äh, aber 67-prozentige Angel-Deal-Chance Was ziemlich okay ist Und noch eine Pretty Fly Ich meine, prinzipiell Saran ist okay Nicht hervorragend, aber in Ordnung Wenn wir jetzt noch einen okayen Angel-Deal rausbekommen Kann er noch eine Menge zu holen sein Würde ich fast behaupten Tower-Karte Nicht wirklich das, was ich will, aber Oh Gott Oh hey, sie sind's Oh Oh Schau dich den an Wurde von der Tower-Karte erfasst Oh, das war hervorragend Perfrow Will ich das Will ich die Krone mitnehmen Damit mache ich extra Damage Wenn ich keine Beschädigten Oder will ich den Angel Warte Oder will ich den Angel holen Und beides rerollen Okay Wir nehmen das mit Dann machen wir das Dann killen wir den Angel Und rerollen Was auch immer er uns gibt Ich hoffe, ich werde nicht Zu sehr verkacken Im Kampf gegen den Engel Das Problem ist Ich kenne seinen Andrusmuster Nämlich so überhaupt nicht Beziehungsweise Ich weiß nie, wann er welchen Laser abfeuert Oh ja, das scheint Soweit ziemlich in Ordnung zu sein Oh, er freut gar kein Laser ab Das weiß ich sehr zu schätzen Hey, hey, hey Spawn small horseman Von mir just at spawn Oh Hey Wir bekommen einen kleinen Äh, einen kleinen horseman Sticky poison Äh, Tears könnte ich abfeuern Weil ich denke, ich bleibe bei dem Gratis-Hit Okay Dann nehmen wir Binky mit Kleines Tears ab Und noch ein paar Soul Hearts für mich Und dann würde ich fast sagen Wir sind direkt Ich könnte hier noch bleiben Aber wir gehen direkt In die nächste Ebene weiter Wir haben Bojack Horseman Ich denke, beides Re-Roll wäre aufregender gewesen Aber So ist das auch ganz cool Oh oh Warum soll ich noch halbwegs Äh Wenn du, äh Meine Soul Hearts beibehalten kannst Dürfen sich das auf jeden Fall lohnen Problem ist nur, ich werde Uh Na, na Wir wollen kein Devil Problem ist nur, ich werde natürlich nicht in der Lage sein Meine, äh Roten Herzen Lauf des Rons beizubehalten Aber Wenn ich das schaffen würde Ja, wäre das ziemlich cool Warte, warum feuer ich jetzt die, äh Kristalle nicht abgerade Ist das nur ein optisches Ding Obfeu ich die gerade Warum ist meine Krone aus? Hey, warum ist meine Krone nicht an? Jetzt ist sie wieder Oh, ist die so lang an Bis man in einem Raum Schaden nimmt? Ist das eine Sache? Verschwindet sie dann? Äh, irgendwie, wie läuft das? Oh, sobald man getroffen wurde Hm 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 Finde ich das gut? Ich, ich weiß ja nicht Wir werden sehen Tiers ab Oh, wir haben jetzt eine kräftige Feuerrate Würde ich einfach mal behaupten Hankman Und ich habe einen Schlüssel Äh, wir nehmen nicht die dummen Bomben mit Virgo Uh, nimm Vorsichtig Virgo ist fantastisch Virgo ist das, was einen hin und wieder, ähm Polaroid und Verbundbarkeit gibt, richtig Kommt schauen Kein Crawl Space Schauen Wo sind die Crawl Spaces? Ja, und gute Pillen Oh, gute Pillen auch noch? Das wusste ich nicht Äh, wie wäre es, wenn wir hier einfach eine Bombe legen? Nein, was? Das ist nicht cool Ich dachte, die Range würde ausreichen Perfro erneut Klar Ups Ich habe mich nicht darüber beschweren Noch eine Perfro zu bekommen So Was haben wir hier für einen Raum vor uns? Wie lang los? Wir haben ein paar von den Mini, äh Pins, die umherlaufen Oh, ich sehe gerade mein, äh Mein Stompy Meine Stompy Hitbox ist weg Also Leo Hitbox Das ist ebenfalls ziemlich gut Warum habe ich Leo überhaupt mitgenommen? Ich habe so absolut keine Verwendung dafür Dass Virgo einem gute Pillen-Effekte gibt, ist neu, oder? Ich kann mich nämlich nicht an erinnern, dass das eine Sache war bei dem Item Hey Abstand So Oh, ich habe einen Schlüssel Das heißt, ich könnte theoretisch noch in den Shop reinschauen Wir machen erst mal den Boss und dann schauen wir Was wir im Shop vielleicht noch finden können Äh, ich spiele auf meinem, äh, eigenen Account von damals, mit dem ich so gut wie Nichts ab, äh, ab Aftermath Plus quasi nichts mehr gemacht habe, wie ich herausgefunden habe Ich hatte nicht mal den Hushkill auf diesem Account gemacht habe, das heißt, es gibt für mich eine Menge Nachzins und das ist gerade unfassbar guter Damage Na ja, ich bin dann Damit meine ich, mein Gott, das war Dieser Damage war schwer in Ordnung Aber was bringt die, was bringt die Nuss? Na ja Wir kommen, äh, random, was für eine Explosion getroffen wird, aber, naja Wir bleiben dabei Wir bleiben dabei Die Frage ist, will ich jetzt in die nächste neue Ebene weitergehen oder in die reguläre Ebene? Ich würde nämlich fast sagen, ich gehe in die reguläre weiter Greedo Hauptsächlich, weil ich nicht meine... Oder? Hm, wo wollen wir hingehen? Wo wollen wir hingehen? Ins Mausoleum und was auch immer wir bekommen oder eine reguläre Ebene? Hey, 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 hey Au Oh, Delirium hatte ich nicht gemacht, Verzeihung Genau, Hush war, ähm, Hush war Afterbirth, äh, Normales Ich meinte, Delirium habe ich nicht gemacht, äh Habe ich, äh, irgendwann in dem Run auf, äh, diesem, äh, in dem Stream irgendwann Smask auf diesem Account gemacht Das habe ich durcheinander gebracht, Verzeihung Außer, dem von Direxysoul, 37 Monate Stefan, äh, 43 Monate Und von, äh, Tosca, 13 Äh, frischer Sub, wie viel lieben Dank Wir gehen da rein Ich habe mich entschieden Ich sehe keinen Grund, warum wir uns im Mausoleum gehen sollten Das ist richtig, deswegen machen wir es Der Plan ist, äh, der Lärm zu besiegen, aber Nein, komm schon Muss ja auch ein bisschen Spaß haben Ich habe das Gefühl, ich habe gerade ein starkes Bild Es wäre Verschwendung, wenn ich jetzt damit einfach nur Was? Äh, es wäre Verschwendung, wenn ich damit jetzt einfach nur, ähm, eine reguläre Ebene gehen würde Uh, hallo, hallo Ist meine Feuerrate inzwischen ausgemaxt? Oh nein, nicht ihr Warte, was machen die? Oh, das machen die Nein Ey, ich habe eine Menge Schaden an, äh An, äh, Soul Hearts genommen Aber ich schaue euch die Feuerrate an Das ist der Stoff Das ist der gute Stoff Vielleicht so dem Typen Der ist kein so guter Stoff Bei einem so viel Schaden So, wir haben noch eine Rune Hagalas Was soll ich mit einer dummen Hagalas-Rune Aber ich weiß die Bomben sehr zu schätzen Äh, willkommen, Jogo Oh Gott Oh Gott Äh, Gott Okay Manche Räume auf dieser Ebene sind ungünstig Das ist einer davon Ich hoffe, ich lehne mich dabei nicht zu weit aus dem Fenster Puh Okay Gehen wir weiter Oh nein Oh nein Oh nein Jetzt kann ich Oh nein Jetzt kann ich die Krone gar nicht mehr verwenden Weil ich, äh Weil wir den roten Herzen Schaden genommen haben Moment ja gesagt Soll ich die Krone mitnehmen Die war für diesen Run komplett ungünstig Also wirklich Ach Gott Hm Jetzt muss ich irgendwie schauen Und sich wieder rote Herzen auftreiben kann Das ist mit der Krone gilt pro Raum, oder? Ja, sofern du, äh Oh nein Oh Gott Das ist ein Deal Das gilt pro Raum, sofern Äh, sofern du volle rote Herzen hast Aber hey Wechsel steigt mein Damage an So, wo haben wir den Goldraum versteckt? Hier haben wir den Goldraum versteckt Äh Oh Giga Ich mein, Gigafat ist okay Ist die eine von den Beans, die okay, äh Sein kann Blumen scheint auch ganz cool zu sein Aber Ey, ich bleib lieber bei meinem, äh Discount-Holy-Mantel So, die Frage ist natürlich Welchen Boss bekommen wir? Und warum wird es wieder, äh Discount, ähm, der Haunt sein? Hallo? Antwort ist, weil es immer Discount-Around ist, der hier kommt Ich kann sie vorher was ganz hilfreich Komm schon, kein Herz für mich Wir werden hier ein bisschen spielen Sporn-Train sind, glaub ich, mein Lieblingseffekt Wir sind nicht ganz Ich mein, ich weiß ungefähr, was wir bringen Weil ich das, äh Weil ich die alten Descriptions hab, aber Warum mach ich das? Wir bekommen hier nichts raus Ach Gott, Zeitverschwendung Hierbei scheint sie ganz cool zu sein Äh Ich glaub ich Oh, ich hab die Plazenta Damit heil ich mich immer wieder Will ich zum Shop rüberschauen? Oh Gott Gott, das ist ein Item, das man auch nicht mehr so oft bekommt Können wir gerade auch Ich hör euch die Feuerrate an Das ist ein sehr guter Stoff So, wir haben für den Boss dann noch Gigafarts Uh Hmm Wir nehmen das auf jeden Fall mit Näh Näh folgende Sache. Ich werde mein Geld hier einzahlen, damit ich vielleicht noch ein bisschen Lack rausbekommen kann. Ziel ist, dass wir der Lamp machen mit... Nein, Moment, Satan. Lamp habe ich schon mit ihm gemacht, aber Satan aus irgendwelchen Gründen nicht. Das heißt, das wäre auf jeden Fall ganz hilfreich. Halbes Herz, komm schon, sei doch nicht so knauserig. Wir sind also... Ich würde fast sagen, wir sind überqualifiziert für das Ziel. Wenn ich schon mal hier bin, würde ich ganz gerne auch den anderen Secret Room mitnehmen. Wir haben eh die I Can See Forever Pillar. Das heißt, es sollte sich nur um eine Frage der Zeit handeln. Denke ich. Hier kann er nicht mal sein. Kann man so Lamp ohne Satan zu machen? Ja, über Sacrifice Rooms oder so. Ich weiß selber nicht mehr ganz, wie ich das hinbekommen habe, aber irgendwie habe ich es hinbekommen. Dementsprechend ist das eigentlich relativ free hier die nächste Sache mit... Uh... Mein Cartman auch cool. Dementsprechend ist relativ free hier. Oh, sehr schön. Das nächste Zeug mit Samson freizuschalten. Vielleicht werde ich danach mal eine Challenge machen. Wir werden sehen. Oder Errorraum. Yeah, das kann auch sein. Es muss auf jeden Fall irgendwas davon gewesen sein. Und... Ähm... Der Spielstand war sowieso größtenteils Rebirth. Und... Oh Gott, nein. Oh nein. Naja, man muss erst die Kette kaputt machen. Ähm... Und den Rebirth hat man sowieso nie, den Grund nicht was anderes zu machen, als die Chest. So, du bist jetzt tot. Okay. Also, wir gehen rein. Ich habe eine Perth Row. Okay, los geht's. Ich wollte nicht ganz so aggressiv vorgehen, muss ich ehrlich gesagt gestehen. Äh, der zweite Engel, wenn ich den kaputt mache, droppt er kein Item, richtig? Oder? Oder droppt er noch das andere Keepies, wenn ich jetzt den anderen Engel noch kaputt mache? Doch? Ja, und ich habe eine Perth Row. Wir finden es da raus. Du hast sowieso gerade so viel Schaden. Können wir uns das durchaus mal leisten. Uuuuh. Äh. Ist ein bisschen enttäuschend. Okay, wir nehmen die Bibel mit, schätze ich. Oh Gott. Dieses Setup und das war... das, was wir bekommen haben. Warum zweimal das gleiche... Zweimal das gleiche Piece, scheinbar. Irgendwann kannst du jetzt fliegen, yeah. Ich meine, es hat sich definitiv gelohnt, aber... Yeah, ihr wisst es selber, das ist, äh... Warum kann ich nicht feuern? Oh, oh. Das ist interessant, hätte sein können. Oh, semester pigeon, 30 Monate. Free sub. Vielen lieben Dank. Ich habe ein schwarzes Herz für umsonst. Das nehme ich mit. Das nehme ich mit. Ich wünsche mal ein Damage ohne Schaden zu nehmen, wäre etwas höher. Wenn ich mache 7,6 Schaden, aber... Uh, Stars. Vielleicht wird ein... Nein, Moment. Challenge-Raum auf der Ebene müsste Boss-Challenge-Raum sein. Machen wir direkt Stars. Oh, mmh... Yeah. Hey. Ich vergesse, dass sie feuern können. Ich denke, Gimpy ist kein, äh... Verkehrtes Pick-up. Hören wir vor dem Picknick von Leibniz. Nein. Nein, das tun wir heute nicht. Morgen wieder. Yeah, seht ihr, da ist eins. Uh. Los geht's. Los geht's. Oh, und ich bekomme noch ein paar Soul Hearts dafür. Ach, shit. Warte, damit kann ich... Damit ruiniere ich gerade meine Krone. Richtig? Damit habe ich gerade die Krone ruiniert. Aber ein Lack ab. Yep. Damit habe ich die Krone ruiniert. Ah, was soll's. Dann kommen wir schon noch hin. Oh, Gott. Was will ich hier gerade keinen Schaden genommen? Oh. Das war auch Interesse an meiner Vita, weil du dich nicht mehr gemeldet hast. Oh. Oh Gott, hast du mir geschrieben? Ja. Ich bin wirklich super selten auf Instagram. Es tut mir leid. Oh Gott. Nein. Hau mich ins Feuer. Das war dumm. Vielleicht könnte das interessant sein. Nein, das ist dämlich. Dann wiederum erhöht meine Range. Nein, das ist dämlich. Bisher, wenn ich ein Crawl Space irgendwo finden würde, dann würde ich sagen, Leo hat sich gelohnt mitzunehmen. Aber aktuell fällt's mir schwer, irgendwas in Richtung zu glauben, dass es sich lohnen könnte. Also, er wollte, Junge, 46 Monate. Wie es sagt, wie wir dem Dank. Au. Bin ich nicht gesehen. Ich nehme gerade viel zu viel Schaden. Oh, ich habe meinen Fuller-Royd. Komm schon, halbes Herz. Yes. Puh. Außerdem von Gulli 112012-Monte. Wie es sagt? Liebe, lieben Dank. Okay. Und schon haben wir wieder die guten Jungs zum Abfeuern. Halte bitte Abstand. So, was, die Taube mitzunehmen, das war eigentlich ein wirklich gutes Pick-up. Darüber werde ich mich nicht beschweren. Mir war alles andere. Uh. Okay, ich kann die Steine auch kaputt machen, ohne Schaden zu nehmen. Das ist interessant. Äh, yeah, gib mir das. Meine Range wurde erhöht. Ich bin kein Geld aus dem Wächten. Das ist jetzt ungünstig. Uh. Der Run ist wirklich stark aktuell. Ich bin erstaunt. Ich habe dir geschrieben, ich habe sogar meine Spiele gefunden und kannst du haben. Oh mein Gott, ich werde reinschauen. Oh Gott, das ist viel zu viel. Äh. Ich werde nicht fliegen. Wie, wie, lieben Dank. Ich muss auf jeden Fall reinschauen. Es tut mir leid. Aber wie gesagt, ich bin wirklich nicht oft auf Instagram. Ich gebe sowas immer sehr schnell unter. Oh Gott, war ich schon im Goldraum? Ich war schon im Goldraum auf der Ebene. Yeah. Ich war aber nicht im Shop. Ich denke, ich werde noch Richtung Shop schauen und dann werden wir mal mal eben mit der Bibel killen, wenn wir schon mal dabei sind. Denn man kommt sonst nicht oft genug dazu. So, hier ist auch nicht der Shop. Will ich den Shop überhaupt noch mitnehmen? Lohnt sich das an dem Punkt noch? Ich meine, die von der Ebene gibt es nicht mehr zu erkunden. Oh Gott, in letzter Zeit ist meine Nase wieder so verstopft. Ich hasse es, dass ich immer so ein paar, zwei, drei Wochen quasi am Stück immer wenn... Oh, yes! Wenn meine Nase super verstopft ist und ich bin kein Fan davon, aktuell ist es wieder so weit. Ich muss auch vor dem Schlafen gehen und jetzt immer Nasenspray nehmen, weil Fanny sonst meint, dass ich aktuell... Oh Gott! Ach, das war so schlecht. Das war so dumm. Das war so dumm. Fanny aktuell meint, dass ich dann relativ laut schnarche und das ist unvorteilhaft. Sie sagt immer, sie meint es nicht als Vorwurf, aber es klingt immer so ein bisschen vorwuchsvoll. Oh, yes! Die gute Bibel. Oh mein Gott! Und wir kommen noch ein... Okay! Oh mein Gott! Nasenspray trägt nur noch viel zu sehr die Nasenschleimhaut aus. Ich habe keine Ahnung, aber ich nehme es nicht so viel. Allergie? Ich weiß es nicht. Ich schaue immer, ob aktuell irgendwelche... Ähm... Irgendwas in der Luft ist, was dafür sorgen könnte, aber... Okay. Nehmen wir das auch noch mit. Aber prinzipiell ist irgendwie immer irgendwelche... Äh... Sind immer irgendwelche Sporen in der Luft, die es potenziell sein könnten. Dementsprechend schwer einzuschätzen. Ich hatte auch keine Lust zum Arzt zu gehen deswegen oder so, weil... Schränkt mich in meinem Leben dann doch nicht so sehr ein. Ob ihr es glaubt oder nicht. Oh! Die hinterhältige Truhe. Okay. Einfach mit ABC-Schutzanzug schlafen. Das hält alles ab. Ja. Ich habe aktuell nur FFP2-Masken. Meine sind ziemlich nah dran. Apropos. Ich habe letztens wieder neue gekauft und... Es ist super nervig. Ich habe jetzt nämlich gerade welche, die sind zu klein für mich. Die gehen nicht wirklich über meinen Kinn. Es ist extrem unangenehm und nervig, die zu tragen. Aber ich hasse diesen Raum. Vor allem, weil ich so viel schneller bin als die Teile. Oh Gott. Huh. Äh... Äh... Das Problem ist, dass ich meine... Meine coolen Diamantenschüsse aufgebe. Wenn ich mich dazu entschließe, in den Curse-Wing zu gehen. Deswegen werden wir uns das mal eben sparen. Oh, hallo. Einmal stürmender Dinkel. Aber es schränkt Funnies Leben ein. Ist ja nicht mein Problem. Oh, oh. Oder etwa doch. Nein! Wurde ich gerade von dem dummen Pin erwischt? Oder war das, was mich erwischt hat, weil ich in den Stein reingerannt bin? Ich glaube, es war der Stein. Random Worm Effect Every Three Seconds. Ich glaube, ich verzichte. Ich weiß, wenn die FFP2 so hart sind und dein Gesicht nach drei Sekunden sofort schmerzt. Ja, ich hatte auch welche. Bei denen war das Gefühl, dass wenn ich die mal für eine Stunde und so getragen habe, wenn ich sie abgenommen habe, hatte ich dann das Gefühl, als hätte ich mir die Nase gebrochen oder so. Das ist auf jeden Fall auch ziemlich angenehm. Da sind die von aktuell ganz okay, weil sie einfach nur nicht richtig übers Kinn gehen. Was dafür sorgt, dass sie sowieso nicht weiter tragen werde, weil das ist Schwachsinn. Sie rutscht immer so nach oben. Aber könnte schlimmer sein. Am schlimmsten ist aber, wenn man gerade einen Tag hat, an dem... One extra secret room per floor, das ist relativ interessant. Das will ich mitnehmen. Aber warte, den finde ich da nicht wirklich, oder? Den extra secret room. Wenn ich da halt drüber nachdenke. Auf jeden Fall. Was am schlimmsten ist, ist, wenn man dann... Warum auch immer einen Tag hat, an dem einem das... Das Gloomy-Band hinter dem Ohr unglaublich wehtut. Und dann wird es einfach nur immer schlimmer und denkt sich so... Oh Gott, warum? Warum muss es so wehtun? Uh, wir nehmen das mit. Ja, wir nehmen das mit. Wir gehen auf volles Risiko. Mir gefällt dir das. Yeah. It lives is wohl ein bisschen melodramatisch als Name für dich. Denn du scheinst mir eher tot zu sein. Au. So, das sollte mir erstmal... Ist ja was, wir behalten Gappis. Boah, ich habe keinen Grund mehr, die Bibel weiterhin mitzunehmen. Ja. Los geht's! Uuuuh. Ich laufe an der und stundenlang im Lager mit dem FFP2-Mask rum. Bei mir passen die... Mein Zinken zum Glück ganz gut. Äh, es gibt auch eigenen Atemschutz für Barträger, aber vor allem, äh, lackieren beliebt würde ich mal googeln. Ich meine... Ich muss nicht so... Ich muss nicht so viel, äh, Maske tragen. Das heißt, ich kann damit leben. So, ich hoffe, dass wir vielleicht noch in irgendein Secret, äh, irgendein Devil Deal oder so geworbt werden. Das wäre ziemlich cool. Aber... Ich meine, äh, Gappis Pore... Äh, dadurch, dass ich Gappis Pore gefunden habe, sollte ich auf jeden Fall relativ gut in der Lage sein, die Krone beibehalten zu können, was ganz gut ist. Shot speed up. Sonst ist es nur normale Maskenpflicht. Hat bisher, äh, nie FFP2 getragen. In Bayern war FFP2-Pflicht irgendwie in Läden. Ich weiß gar nicht, ob es inzwischen immer noch so ist. Aber keine Ahnung. Ich sehe jetzt auch nicht willig, warum ich jetzt an dem Punkt noch andere kaufen sollte. Das war's wert. Au. Oh, die Brimstone-Augen-Gag schon wieder komplett vergessen, dass die eine Sache sind hier. Okay. Danke, Feuer, Bargeld, Jungs. Uh. Oh, oh, was? Der Lucky Rock wurde genervt. Man hatte noch eine 33-prozentige Chance, Geld zu bekommen. In Österreich ist es FFP2 all the way. Ich meine, gibt es irgendeinen Grund, der gegen FFP2 spricht? Sind die nicht einfach, äh, sind die nicht sowieso einfach nur besser? Dass sie mehr abhalten und sowas. Deswegen man sich die Frage, ähm, was bei mir immer die, was bei mir die Frage aufgeworfen hat, warum es überhaupt, äh, jahr gedauert hat, bis wir überhaupt irgendwie, in Geschäfte und so gesagt haben, hey, wie wär's, wenn wir jetzt die, äh, Schutzmaske nehmen, die tatsächlich was bringen. Ich schätze, Temperance können wir mitnehmen. Irgendwas könnte sie mal gut sein. FFP2 sind ja effektiv, aber auch für viele unangenehmer. Das stimmt, aber. Das ist wahr. Ah, ich sollte man zum, äh, äh, E-Rollschutz, äh, FFP3 verwenden. Da, fand ich, keine Ahnung. 13 Damage ist auch sehr solide. Ja. Schon. Boah, schmilch. Schwer. Warum? Warum bin ich noch scheiße? Aber ich kann nur eins von beiden mitnehmen, aber ich bin sehr abheben. Warte, kann ich jetzt unter Umständen noch die beiden Key Pieces auftreiben? Ja, wenn ich das noch kann, dann gehen wir noch zu Mega-Satan. Was geht's? Dann wiederum wird Mega-Satan. Oh, da ist Key Piece Nummer zwei. Dann wiederum wird Mega-Satan wahrscheinlich eine fürchterliche Idee, aber ich habe auch noch Gappi Spaw. Das heißt, ich kann dann sicher auch noch auf eine Menge, äh, mir eine Menge, äh, Leben holen. FFP3 macht's halt wirklich schwierig zum Atmen, das kann ich mir vorstellen. Ich sollte auf jeden Fall noch die Soul-Arts, die ja sonst herumliegen, mitnehmen. Haben wir da welche? Nein. Ich glaube übrigens nicht, dass der Run stark genug ist, um Mega-Satan zu killen. Das ist gut und toll. Ich habe das Gefühl für den Mega-Satan-Run inzwischen, äh, gehört ein bisschen was dazu, aber das heißt nicht, dass wir nicht beim Versuch, äh, es zu schaffen scheitern können. Und ich erwarte, ich habe, äh, Oh, Chariot, hervorragend. Ich kann mir immer wieder mal, ähm, Wir kommen immer wieder mal Unverwundbarkeit durch, äh, diese eigene Item. Ich hoffe, die, das heißt, das könnte auch hilfreich sein. Oh, oh mein Gott. Oh nein. Oh, oh, hallo, okay, dankeschön. Danke, dass sie einfach aus dem Nichts in mich reingerannt kommt, weiß ich sehr zu schätzen. Nicht brimstonen. Nicht brimstonen, habe ich gesagt. Oh, es ist ein Würfelraum. Äh. Oh, hallo. Ich hätte schon gehofft, es wird irgendwas Interessantes. Ich meine, Es wäre absolut dumm gewesen, wenn ich jetzt mein Run-Rerolled hätte, aber Wir alle wissen, dass ich es getan hätte. Balls of Steel. Wir alle wissen, dass ich es getan hätte. Die Balls of Steel fälle, klar. Balls of Steel. Damit sollte ich erstmal wieder volle Leben haben. Man kann das Grün bei den Masken abreißen und zusammenbinden, sodass es hinter dem Kopf und nicht hinter den Ohren ist. Es gibt generell auch welche zu kaufen, die hinter den Ohren zusammen sind. Die Sonne habe ich immer getragen, als es der Kalt da draußen war und ich eine Mütze getragen habe. Wenn ich die weg zum Laden gehe, dann gehe ich immer. Oh Gott, das ist längst lindend. Ich bin immer so seltsam, dann irgendwie was um meine Ohren aufsetzen muss. Das ist ja eine Menge Stevens hier. Nein, gerade ist so laut für mich. Weiß ich zu schätzen. Also, wir haben von Showdown 92, 8 Monate. Re-Sub. Wie viel lieben Dank. Sag mal, wie groß ist eigentlich diese... Okay. Meine Frage ist beantwortet, wie groß diese Ebene hier gerade ist. Schauen wir nachher, ob wir einen Secret Room finden. Oh, da oben ist ein weißes Herz. Das Eternals habe ich eigentlich gesehen. Ich sollte generell wahrscheinlich mal auf die Karte schauen. Keine Ahnung, was hier sonst noch herumliegt. Na, okay. Wisst ihr was? Nein. Bei genauer Überlegung. Nein. Das war nur Damage Boosting, okay? Damit ich mein Damage etwas erhöhe. Ich will noch schnell in den Cursed Room rüberschauen. Nicht Cursed Room, sondern... Ah, da ist jetzt Ruhe. Uh. Strom kam jetzt auch ziemlich cool. Hier wollte ich rein schon. Challenge Room. Ich kann aber keine Soul Hearts mehr mitnehmen, aber... Wir behalten im Hinterkopf. Für den Fall der Fälle liegen da noch zwei Soul Hearts. Bitte ohne Zahl, sonst klingt es weird. Was klingt weird? Warum? Du hast dem Namen eine Zahl gegeben, also musst du damit leben, dass sie vorgelesen wird. Das kann die grüne Flieger. Die ist prinzipiell, glaube ich, das gleiche wie eine blaue Flieger. Nur bekommt man die, wenn ich gerade Personals als Begleiter habe. Oh, da ist es potenter Schaden hier gerade. Aber dann wiederum. Mein Damage ist auch, glaube ich, Bloodlast soweit ausgemaxt. Die guten alten Zeiten, als das hier mit einer der schwersten Bosse, das im Spiel war. Nehmt ihr euch da ran? Yeah. Das war fucking seltsam. Okay. Ich habe nicht mal einen Schaden genommen. Gut. Dann würde ich sagen, gehen wir weiter. Huch. Könntest du ein grünes T-Shirt anziehen, damit man auch deinen Kopf sieht? Ich könnte, wenn ich ein grünes T-Shirt hätte. Ich habe aber leider keins. Kontrollable Tears. Neh. Ich meine, wir haben einen Snipe mitnehmen. Wäre hilfreich im Kampf gegen Mega-Satan. Machen wir uns nichts vor. Die Frage ist, will ich weiter erkunden oder will ich direkt zum Mega-Satan gehen? Kostet jetzt Leben. Ja, das wurde geändert. Hier ist jetzt, ähm... Davor hatte man ja immer nur vier rote Kisten ohne irgendeinen Sinn. Was ist das eigentlich gerade? Und inzwischen droppen die vier roten Kisten an jeweils ein Devil-Deal-Item. Wer hat denn kein grünes T-Shirt? Punkt, Punkt. Was soll dieses Punkt, Punkt? Ist das, ist das jetzt... Ist das jetzt ungewöhnlich, dass ich kein grünes T-Shirt habe oder was? Warum, warum sollte ich grünes T-Shirt haben? Legst du leicht left hand weg, äh, damit, äh, wenn du die Chest erkundest? Es gibt keine Chest. Wie, du hast kein oranges T-Shirt. Jeder hat eins. Ich habe, ich habe, ich habe jede, ich habe jede Farbe des Regenbogens als T-Shirt. Okay, ist ja was, wir gehen, wir gehen rein, wir gehen rein. Ich sage es euch, die Unverwundbarkeit mit der Flieger. Ups. Hat trotzdem okayen Schaden gemacht, hoffe ich. Au. So, erst Pestilenz. Oh, das ist sogar ein fetter Pestilenz. Hat sich wohl sein Design generell geändert, oder? Das ist die Special-Variante, die fetter ist oder so. Oh, das ist mein fetter, das ist der Pestilenz. So. Auch kein Soulheart. Ich dachte, man kommt ein Soulheart, wenn man ihn killt oder so. Immer schön vorsichtig bleiben. Immer schön im Hinterkopf behalten. Dass ich für den Fall der Fälle, selbstverständlich, mein Damage ist gerade echt nicht gut. Für den Fall der Fälle kann ich mir noch Soulhearts machen, dann gab ich Spaw. Oh mein Gott, die halten so viel aus. Oh, das könnte eventuell schief gehen. Das könnte eventuell schief gehen. Okay. Machen wir weiter. Ah Gott, Brimstone. Jedes Mal aufs Neue. Jedes Mal der gleiche Fehler. Okay. Versucht nicht zu neidisch auf Envy zu sein. Außer im Körper. 35 Monate, please sub. Liebe, lieben Dank. Ich muss sagen, dafür, dass ich so viele Angel-Geals bekommen habe, habe ich erschreckend wenig tatsächlich gute Items aus dem Angel-Deal bekommen gerade. Oh Gott. Die ganzen Gegner, die bei Pestelands gespawnt werden, die halten aber mehr aus, als wenn man sie normal bekämpft, oder? Ich meine, bei den Reitern war ich mir unsicher. Aber jetzt bei denen? Nein, da wiederum. Halten sie mehr aus? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht. Ich kann nicht guten Gewissens irgendwas dazu sagen. Warum ist der... Warte, warum der? Das ist so einst, wie gut ist, dass wir immer wieder mal Herzens spawnen. Und da kommen die Engel. Ja, die Engel halten normal viel aus. Ja, wahrscheinlich machen wir mein Damage einfach noch nicht so gut, weil ich noch ein bisschen Schaden nehmen musste, bevor er richtig ansteigt. Au. Ach, komm schon. Aber danke für das Soulheart, Gimpi. Diesmal war ich vorbereitet auf den Satan-Head. Okay. Letzte Phase. Jetzt nehme ich das mal eben mit. Es ist eigentlich sinnvoll, wenn man einfach hier drüben... Oh mein Gott. Warte, was? Das ist wirklich sinnvoll. War jetzt nicht perfekt, aber... Oh, 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 oh. Ich habe gerade die Unverwundbarkeit. Los geht's, Flieger! Töte Flieger! Und Schwert! Tötet beide für mich! Oh mein Gott, das funktioniert wirklich. Warum wird der nicht beschädigt? Nimmt der nicht wirklich Schaden, wenn man ihn von der Seite angreift oder so? Und er wird jetzt... Oh, das dauert noch ein bisschen, bis er anfängt, beschädigt zu werden. Passiert erst, wenn er schon wirklich dabei ist, dann drauf zu gehen. Ich glaube schon, wir sterben, Mega-Satan. Vielleicht haben wir ihn! Gleich haben wir ihn! Nur noch eine Frage der Zeit! Aber ernsthaft, dass er an der Seite steht, ziemlich effizient. Und ja, er hat den Repentance ja... Los geht's! Oh, los geht's! Rage, Baby! Wenn wir schon mal hier sind... ...dann können wir das auch noch mitnehmen. Ich hab mit Samson zwar schon, äh, was hab ich mit ihm? Ich glaub, ich hab's mit ihm schon geschafft. Oh ja, und wir haben noch rote Kisten. Ja, vielleicht, vielleicht bekommen wir noch ein Deal. Weil das nicht ein Deal, wenn ich noch ein Deal mitnehmen könnte. Okay. So weit, so gut. Das wäre ein guter Deal. Ja, das dachte ich mir auch. Ja, weißt du, was, was frischst du da? Oh, yes! Kleiner Mann, mach dich nützlich. Da gibt's für dich was zu essen. Balls of Steel, yes! So, klingt nach einem Deal. Ich sag's euch, der kleine Dark Bum, der klingt für mich auch nach einem Deal. Den, äh, noch mal eben hier am Ende mitzunehmen. Schauen. Giert'n viel aus. Dark Bum is repentance, nicht mehr so gut. Ja. Aber, er ist immer noch ziemlich gut. Nicht mehr so gut bedeutet in dem Fall, äh, relativ wenig, wenn man bedenkt, wie gut er... Ich mein, ursprünglich in, äh, Rebirth war es, glaube ich, so, dass er wirklich für... ...zwei rote Herzen immer ein Soulheart gegeben hat. Er war so gut. Ich kann die Left Hand eigentlich an dem Punkt weglegen. Nein, dann wiederum, vielleicht werden wir Gapi. Unwahrscheinlich, aber nicht ausgeschlossen. Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Na, hier sind wir ganz oben. Yeah. Ganz oben wartet nicht, äh, Delirium auf uns. Dirty Mind. Oh, crap. Oh, das ist das Item aus der Challenge. Oh, ich kleine... Oh, mein Gott, warte mal. Ich hab... Oh. Das wird relativ interessant. Ihr dürft nicht vergessen, ich hab, äh, BFF bei mir. Das heißt, wenn wir ein paar Haufen finden, die ich kaputt machen kann... Oh, yes. Kämpft, meine Freunde, kämpft! Oh, mein Gott. Hahaha. Oh, nein. Sie sind alle tot. Das ist okay, wenn ich sowieso noch ein bisschen Damage aufbauen kann. Äh... Nein, nein, nein. Wisst ihr was? Nein, 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 nein. Ich hab drüber nachgedacht, aber nein. Ich will wirklich nicht... Bin ich jetzt zweimal da rein? Das war dämlich. Ich will wirklich nicht an diesem dummen, äh, Bum spielen. Das dauert Jahre und im Endeffekt liegt das sowieso nichts. Oh, mein Gott. Okay. Garpi zu werden ist nicht ausgeschlossen. An dem Punkt. Vergess das bitte nicht, okay? Garpi zu werden ist eine Option aktuell. Wir haben bereits zwei von drei Items. Uh, da will ich nicht rein. Das ist mir suspekt. Das ist mir sogar extrem suspekt. Ich war der erste rein, wenn ich Garpi bin. Pretty Fly. Schöne ich die Pretty Flys an. Die werden auch noch einen NL guten Dienst erweisen. Wurde Garpi mit Panthers nicht stark genervt. Ja, aber... Es gilt das gleiche wie mit Dark Bum. Genervt bedeutet nicht, dass es, äh... Beziehungsweise genervt funktioniert nur deswegen, weil es davor unfassbar gut war. Und auch jetzt ist Garpi noch ziemlich stark. Oh, das da unten... Warte, bis wir mehr ganz unten. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Ich fürchte, wir sind nicht ganz unten. Äh, ich traue keinen von diesen beiden Räumen. Muss ich leider gestehen. Deswegen werden wir mal eben weitergehen. Vor allem mit meiner aktuellen Feuerrate ist Garpi halt ziemlich stark. Weil auch wenn ich nur mit... Ich glaube, die Sache war, man spawnte mit jeder zweiten Träne in der Fliege oder sowas inzwischen. Aber... Es macht halt nicht viel Unterschied, wenn man so eine Feuerrate hat. Oh. Nicht vergessen. Die Jungs wollen doch auch mit. Das sind eine Menge Jungs hier gerade. Stell dir vor, ich wäre Garpi, dann könnte ich... Hätten wir jetzt so viele Fliegen, die für mich kämpfen würden. Eines Tages. Vor allem, ich glaube, ich glaube, es ist hell. Das bedeutet, wir bekommen auch, äh... Mehr Kisten. Oh, und ich könnte da links in die Arena auf jeden Fall rein. Ohne halt zu viele Probleme. Los geht's. Los geht's. Okay. Jetzt werden Bosse gekillt. Jetzt werden Bosse gekillt. Garpi wird mal nicht mehr auf den Repent. Oh, ich war hier schon. Äh. Ah, Moment hier da unten. Da kann ich rein. Moment. Oh, yes. Du schon wieder? Ich sehe gar keine Fliegen. Ich weiß nicht ganz, was passiert ist, aber ich glaube, es war stark. Bisher, was passiert ist, könnt ihr bestätigen, dass es stark war. Ein Bettlerspiel für ein rotes Herz? Näh. Oh, ihr könnt Satan spawnen? Das wusste ich nicht. Das sind echt nicht so viele Fliegen, die ich gerade von mir gebe. Muss man tragischerweise sagen. Aber der Damage ist dafür umso höher. Oh, ich sehe gerade, ich habe 16 Damage. Ja, das sind ja relativ starke Fliegen. Okay, so weit, so gut. Dann, äh, Magic 8-Ball. Stars are calling. Äh, okay. Wie es aussieht, schalte ich gerade verschiedenes Zeug frei. Ich weiß nicht, warum oder wofür, aber... Oh, da gab es. Ich weiß nicht, warum oder wofür, aber ich werde mich nicht beschweren. Oh, ich habe das Planetarium jetzt frei. Davon habe ich schon öfter Leute reden gehört. Ich weiß ja nicht, wie es aussieht. Das heißt, äh, das könnte interessant werden. Warum habe ich eigentlich noch die Red Hand bei mir? Ich habe absolut keine Verwendung mehr dafür. Ne. Alles Spoiler, bitte, Jeff. Au. Das war einfach nur schlecht. Ich bin gespannt darauf. Au. Was hat mir jetzt gerade Schaden gemacht? Ich bin nicht scheiße mit Dark Bomb. Ich brauche Herzen. Bleiben meine Herzen, Dark Bomb. Ich meine, wir haben noch ein paar rumliegen, aber dennoch. Ich habe mich jetzt nicht schwach. Haben wir eine Balls of Steel? Tears up zum 80. Mal. Luck up. Uh. Warte mal, Tinted Rock. Naja. Magic 8-Ball gibt eine plus 15-prozentige Planetarium-Chance. Ich bin gespannt, wenn ich verstehe, was das bedeutet. Oh nein, nicht ihr. Nicht ihr. So. Droppst du was? Nein. Ist okay. Ist okay, Dark Bomb macht der Mann, der keinen Stress wegen mir. Ich muss aber sagen, nach wie vor, The Void ist eine nervige Ebene. Es ist irgendwie... Es geht Jahre, aber es passiert einfach nichts. Und damit meine ich, es passiert einfach wirklich gänzlich, absolut, vollkommen nichts. Also mal eben die Red Hand weglegen. Wir haben eigentlich echt keinen Grund mehr dafür, die mitzunehmen. Ich meine, an dem Punkt bin ich absolut bereit, gegen Delirium zu kämpfen. Hey, warum ist das keine Boss-Arena? Dafür muss Delirium aber nur spawnen. Danke, du Guter. Magic 8-Ball ist also nicht mehr einfach darum, da zu sein. Hey, Magic 8-Ball hat einem Shot-Speed abgegeben, was... Relativ belangloser Stat ist. Aber gleichzeitig hat es auch eine Tarot-Karte gegeben. Das heißt, es könnte schlechter sein. Der doppelte, zweigeteilte Loki. Ja, nehme ich mit. Das sind direkt nochmal drei Soul-Hearts für mich. Man darf nie die gute Tarot-Karte unterschätzen, die man von Magic 8-Ball bekommen hat. Geh doch rauf! Dankeschön. Weißt du, was es auch der Tarot-Karte gegeben hat? Das Booster-Pack. Gehst du von den Booster-Packs aus der Aftermath Plus? Wir haben ihn gefunden! Los geht's! Und ich habe direkt meine Kronenshots verloren. Nach zwei Sekunden im Kampf. Cool. Schützt mich, meine Freunde. Sollte wahrscheinlich mehr versuchen, nicht getroffen zu werden. Und ich habe da auch extra die Tarot-Karte mitgenommen, damit ich das machen kann. Ich mag es übrigens, dass Delirium 90% der Zeit super buggy ist. Und man nicht genau weiß, was man überhaupt gerade vor sich sieht. Der Damage ist maximal okay. Wie soll man diesen fucking Kampf eigentlich jemals mit der Lost schaffen? Ich meine, vor allem jetzt, wo Devil Deals genervt wurden. Stell ich mir ein bisschen nervig vor. Ich nehme gerade viel zu viel Schaden. Oh Gott, ich sehe nichts. Oh Gott, dieser fucking Kampf. Man muss einfach versuchen, Delirium zu One-Shot oder so. Vermutlich braucht man einfach Glück bei dem Reroll-Raum oder sowas. Damit verliert man damit ein Holy Mantle. Was passiert hier gerade? Ich habe das Gefühl, der Kampf wurde seit Repentance sehr verwirrend. Yo, Duckbomb! Nimm mal die Herzen mit! Was passiert hier überhaupt? Warum ist dieser Run nicht so stark, wie ich dachte, dass er es ist? Das ist ein bisschen traurig. Warum läuft hier keine Boss-Musik? Warum läuft hier die Game-Over-Musik? Ernstens. Der Delirium hat die große Tendenz, kaputt zu gehen. Ich meine, ja. Warum lief die Game-Over-Musik? Soll das so sein? Das war nicht die Du-Hast-Es-Geschafft-Musik. Das war die Du-Hast-Es-Nicht-Geschafft-Musik. Das Spiel ist selbst verwirrt. Ja. Ich glaube auch. Ich glaube auch. Das ist ja toll. Ich glaube auch. Das war's. Ich glaube auch. Das war's.